Übungs-Tutorial Hip-Drops. Bei den Hip-Drops handelt es sich eigentlich um nichts anderes als einen normalen Unterarmstütz, indem man die Hüfte zur Seite fallen lässt, sprich die Hip droppt, also zur Seite fallen lässt. Wichtig ist, wenn man die Bewegung am Anfang macht, dann werden die Füße so ein bisschen wegrutschen. Versucht da in leichten Bewegungen immer wieder ein bisschen nachzuziehen und die Hüfte kontrolliert zur Seite fallen zu lassen. Der Oberkörper ist möglichst stabil. Der Bereich um die Hüfte bewegt sich in einer Rotationsbewegung, um die seitlichen Bauchmuskeln zu trainieren. Das war das Übungstutorial zu den Hip-Drops.